Musik Georg Kreisler, Friedrich Holländer, Kurt Weil, Lotte Lenja, Armin Berg, unzählige andere könnte ich nennen und Hermann Leopoldi. Hermann Leopoldi, der zweimal im KZ war, zuerst in Dachau, dann in Buchenwald und der gemeinsam mit Löhner Beda das Buchenwaldlied schrieb und den seine Eltern und seine damalige erste Frau ausgelöst haben und er konnte nach Amerika reisen. Und Hermann Leopoldi war in der Lage, seine Lieder, die hier jedes Kind kannte und sang, auf Englisch zu übertragen. Und es gab in New York ein Wohnviertel, ein billiges Wohnviertel, es hieß Washington Heights, die Juden nannten es in gnadenloser Selbstironie, das vierte Reich. Und in diesem vierten Reich gab es ein Eberharz-Café Grinzing. Das war ein Ort, an dem sich alle Flüchtlinge des Abends trafen. Und dort sang Hermann Leopoldi für sie das kleine Café in und das war ein Eis. Und das ist Heimweh. Und dort war ein Eis, das ist hoffnungsloser Schleidungs-Kauf. The hearts are very much brighter But hearts here are many times lighter There is a little cafe down the street It has no name but just the same that's where we meet We can dance to the tune of the band It's very small but its rhythm is grand There is a little cafe down the street I mean the one where it's fun not a treat To sit with you alone at a table for two At this cafe where sweethearts say I love but you If glasses could speak at this little cafe They'd have many stories to tell Of hearts that were joyously driven away By love and its wonderful spell And feeling as light as a feather These sweethearts would all sing together Even in a small cafe in an office Spirits gramophon mit leisem Ton an English word To sit with you alone at a time To sit with you alone at a time To sit with you alone at a time You did not have a feeling up At a time To sit with you alone at a time To sit with you alone at a time Ich greife ein Ange zu. Vielen Dank.